E.A.P.O.D.C.I.S. E.A.P.O.D.C.I.S. Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. Zweiter Theil. Die Sagen Trojas. Dolan und Rhesus. Als Odysseus die unwillkommene Botschaft aus dem Zelte des Peliden mitbrachte, stummten Agamemnon und die Fürsten. Kein Schlaf legte sich die ganze Nacht über die Augenlider der Arthriden. In banger Angst erhoben sich beide noch lang vor Tagesanbruch und teilten sich in ihr Geschäft. Menilhaus ging, die Helden Mann für Mann in den Zelten zu bearbeiten. Agamemnon aber wandelte nach der Lagerhütte Nestors. Er fand den Greis noch im weichen Wetterrund. Rüstung, Schild, Helm, Gurt und zwei Lanzen lagen an der Seite des Lagers. Der Greis, aus dem Schlaf erweckt, stützte sich auf den Ellbogen und rief dem Arthriden zu, »Wer bist du, der in finsterer Nacht, wo andere sterbliche Schlummern so einsam durch die Schiffe wandelt? Was suchtest du, einen Freund oder ein verlaufenes Maultier? So rede doch, du Schweigender, was suchst du?« »Erkenne mich, Nestor«, sprach jener leise. »Ich bin Agamemnon, den Zeus in so unergründliches Leid versenkt hat. Kein Schlaf kommt in meine Augen. Mein Herz klopft, meine Glieder zittern aus Angst um die Danara. Lass uns zu den Hütern hinabgehen, ob sie nicht schlummern. Weiß doch keiner von uns, ob die Feinde nicht noch in der Nacht einen Angriff machen werden.« Nestor zog eilig seinen wollenen Leibrock an, warf den Purpurmantel um, ergriff die Lanze und durchwandelte mit dem König die Schiffskassen. Zuerst weckten sie Odysseus, der auf ihren Ruf sogleich den Schild um die Schultern warf und ihnen folgte. Dann nahte sich Nestor dem Zelt und der Lagerstatt des Thydiden, berührte ihm den Fuß mit der Ferse und weckte ihn scheltend. »Unmündiger Greis«, antwortete der Held im halben Schlafe, »du kannst doch nimmer von der Arbeit ruhen. Gäbe es nicht Jüngere genug, die das Heer bei Nacht durchwandern und die Helden aus dem Schlafe wecken könnten? Aber du bist unbändig, Alter!« »Du hast wohl ziemend geredet«, erwiderte ihm Nestor, »habe ich doch selbst Völker genug, dazu treffliche Söhne, die dies Amt verrichten könnten, aber die Bedrängnis der Archive ist viel zu groß, als dass ich nichts selbst tun sollte, was das Herz mir gebietet. Auf der Spertspitze steckt bei ihnen Untergang und Leben. Deswegen erhebe dich, und hilf du selbst uns den Ajax und Megis, den Sohn des Phileos, wecken.« Diomedes warf sogleich sein Löwenfell um die Schultern und holte die verlangten Helden. Nun musterten sie zusammen die Schar der Hüter, aber keinen fanden sie schlafend. Alle saßen munternd wach in ihren Rüstungen da. Allmählich waren jetzt alle Fürsten vom Schlaf aufgeweckt worden, und bald saß die Ratsversammlung vollständig beisammen. Nestor aber begann das Gespräch. »Wie wäre es, ihr Freunde«, sagte er, »wenn jetzt ein Mann die Kühnheit hätte hinzugehen zu den Trojanern, ob er nicht etwa einen der Äußersten erherschen könnte, oder ihren Rat erlauschen und erfahren, ob sie hier auf dem Schlachtfelde zu bleiben gedenken, oder mit dem Siege sich in ihre Stadt zurückziehen. Edle Gaben sollten den kühnen Mann belohnen, der solches wagte.« Als Nestor ausgeredet stand Diomedes auf und erbot sich zu dem Wagnisse, falls ein Begleiter sich zu ihm gesellen wollte. Da fanden sich viele bereit, die Ariaks beide, Meriones, Antilochos, Menelaos und Odysseus, und Diomedes sprach, »Wenn ihr mir einen Heim stellt, den Genossen selbst zu wählen, wie sollte ich das Odysseus vergessen, der in jeder Gefahr ein so entschlossenes Herz zeigt und den Pallas Athene liebt? Wenn er mich begleitet, glaube ich, wir würden aus einem Flammenofen zurückkehren, denn er weiß Rat wie keiner.« »Schild und rühme mich nicht zu gern«, antwortete Odysseus, »du hädest beides vor kundigen Männern. Aber gehen wir, denn die Sterne sind schon weit vorgerückt, und wir haben nur noch ein Drittel von der Nacht übrig.« Darauf hütten sich beide in furchtbare Rüstung und machten sich unkenntlich. Diomedes ließ Schwert und Schild bei den Schiffen und entlehnte das zweischneidige Schwert des Helden Trasimedes sowie dessen Sturmhaube und Stierhaut, ohne Federbusch und Roßschreif. Dem Odysseus gab Meriones Bogen, Köcher und Schwert und einen Helm von Leder und Filz mit Schweinshauern. So verließen sie das griechische Lager und wandelten in der Nacht dahin. Da hörten sie einen der Reier von der rechten Seite schreien vorüberflattern, wurden des Glückszeichens froh, das ihnen Pallas Athene sendete, und flehten zu ihr um Begünstigung ihres Unternehmens. So gingen sie durch Waffen, Blut und Leichen im Dunkel dahin, an Muts wehen wilden Löwen gleich. Während diese Auskundschaftung im griechischen Lager verabredet wurde, hatte in der Versammlung seiner Trojaner Hektor desselben Vorschlag gemacht und aus der griechischen Beute, die erhoffte, einen Wagen und zwei der edelsten Rosse dem Manne versprochen, der es über sich nehmen würde, den Zustand des griechischen Lagers zu erforschen. Nun befand sich unter dem trojanischen Volke der Sohn des Eumedes, eines edlen Herolds, namens Dolan, ein an Geld und Erz wohlbegüterter Mann von unansehnlicher Gestalt, aber ein gar hurtiger Läufer, neben fünf Schwestern der einzige Sohn. Diesen reizte die Kühnheit seines Herzens, daß er gegen das Versprechen, den Wagen und die Rosse des Achils zu erhalten, es über sich nahm, das feindliche Kriegsheer zu durchwandern, bis er an Agamemnons Feldherrenschiff käme, um dort den Fürstenrat der Danahe zu belauschen. Er hängte eilend seinen Bogen um die Schulter, hüllte sich in ein graues, zottiges Wolfsfell, setzte einen Otterhelm auf das Haupt, faßte den Wurfspieß und ging mit Begier seinen Weg. Diese aber führte ihn ganz nahe an den auf dem gleichen Gange begriffenen Griechenhelden vorüber. Odysseus merkte den Tritt des Herannahnten und flüsterte seinem Gesellen zu, »Diomedes, dort kommt ein Mann aus dem trojanischen Lager herangewandelt. Entweder ist es ein Kundschafter, oder er will die Leichname auf dem Schlachtfelde berauben. Lassen wir ihn ein wenig vorübergehen, dann wollen wir ihm nachjagen und ihn entweder erhaschen oder nach dem Schiffen treiben.« Nun schmiegten sich beide abseits von dem Wege unter die Toten, und Dolan lief sorglos vorüber. Als er einen Bogenschuß entfernt war, hörte er das Geräusch der Helden und stand stille, denn er vermutete, dass Hector ihn durch befreundete Boten zurückrufen lasse. Bald aber waren die Helden nur noch einen Speerwurf entfernt, und jetzt erkannte er sie als Feinde. Nun regte er seine schnellen Knie und flog dahin wie ein Hund, der einen Hasen verfolgt. »Stehe, oder ich werfe meine Lanze nach dir,« donnerte Diomedes und entsandte seinen Speer, jedoch mit Vorsatz fehlend, so daß das Erz über die Schulter des Laufenden hin in den Boden fuhr. Dolan stand, starr und bleich vor Schrecken, sein Kinn bebte, und die Zähne klapperten ihm. »Fahrt mich lebendig,« rief er unter Tränen, als die herankeuchenden Helden ihn mit beiden Händen festhielten. »Ich bin reich und will euch als Lösegeld Eisenerz und Gold geben, soviel ihr nur wollt.« »Sei getrost,« sprach Odysseus zu ihm, »und mach dir keine Todesgedanken, aber sag uns die Wahrheit, was dich auf diesen Weg führte.« Als Dolan zitternd und bebend alles gestanden, sprach Odysseus lächelnd, »Fürwahr, du hast keinen schlechten Geschmack, Bursche, das deine Seele nach dem Gespann des Peliden gelüstet. Jetzt aber sage mir auf der Stelle, wo verließest du den Hector, wo stehen seine Rosse, wo ist das Kriegsgerät? Wer sind die anderen Trojaner? Wo sind die Bundesgenossen?« Dunorn antwortete, »Hector berät sich mit den Fürsten am Grabmaler des Ilos. Das Kriegsjahr ist ohne besondere Wachen um Feuer gelagert, die fern herbeigerufenen Bundesgenossen aber, die für keine Weiber und Kinder zu sorgen haben, schlafen getrennt von dem Heere und unbewacht. Wenn ihr in das trojanische Lager wandeln wollet, so stoßet ihr zuerst auf die eben angekommenen Thrakier, die um ihren Fürsten Resos, den Sohn des Aioneus, hingestreckt ruhen. Seine blendend weißen Rosse sind die schönsten, größten und schnellfüßigsten, die ich je gesehen habe. Sein Wagen ist mit Silber und Gold köstlich geschmückt. Er selbst trägt eine wundervolle goldene Rüstung wie ein Unsterblicher und nicht wie ein Mensch. Nun wißt ihr alles. Führt mich nun nach den Schiffen oder laßt mich gebunden hier und überzeuget euch, daß ich die Wahrheit gesagt habe.« Aber Diomedes schaute den Gefangenen finster an und sprach »Ich merke wohl, Betrüger, du sinnest auf Flucht, aber meine Hand wird dafür sorgen, daß du den Agiver nicht mehr verderblich sein kannst.« Zitternd erhob Dolan seine Rechte, das Kind des Helden flehentlich zu berühren, als schon das Schwert, das die Dieden ihm durch den Nacken fuhr, das das Haupt des Redenden in den Staub hinrollte. Hierauf nahmen ihm die Helden den Otterhelm vom Scheitel, zogen dem Rumpfe das Wolfsfell ab, lösten den Bogen, nahmen den Speer des Getöteten zur Hand und legten die ganze Rüstung zum Merkmale für den Heimweg auf einige Rohrbüschel. Dann gingen sie vorwärts und stießen endlich auf die harmlos schlafenden Thrakier. Bei jedem stand ein Doppelgespann von stampfenden Rossen. Die Rüstungen lagen in schönster Ordnung und im dreifachen Rhein blinkend auf dem Boden. In der Mitte schlief Resos, und seine Rosse standen am hintersten Wagenringe, mit Riemen angebunden. »Hier sind unsere Leute«, sprach Odysseus ins Ohr des Thydiden. »Jetzt gilt es Tätigkeit. Löse du die Rosse ab, oder besser, töte du die Männer und laß mir die Rosse.« Diomedes antwortete ihm nicht, sondern wie ein Löwe unter Ziegen oder scharfe Pferd hieb er wild um sich her, das ein Röcheln unter seinem Schwert erhub und der Boden rot vom Blute ward. Bald hatte er zwölf Thrakier gemordet. Der kluge Odysseus aber zog jeden Getöteten, am Fuß ihn ergreifend, zurück, um den Rossen eine Bahn zu machen. Nun hieb Diomedes auch den Dreizehnten nieder, und dies war der König Resos, der eben in einem schweren Traume stöhnte, den ihm die Götter gesendet hatten. Inzwischen hatte Odysseus die Rosse vom Wagen abgelöst, mit Riemen verbunden und, indem er sich seines Bogens anstatt der Geißel bediente, sie aus dem Haufen hinweggetrieben. Dann gab er seinem Genossen ein Zeichen durch leises Pfeifen. Dieser besann sich, ob er den köstlichen Wagen an der Deichsel wegziehen oder auf den Schultern hinaustragen sollte. Dann nahte ihm warnend Pallas, die Göttin, und trieb ihn zur Flucht. Eilend bestieg Diomedes das eine Ross, und die Seustrieb nebenherlaufend beide mit dem Bogen an, und nun flogen sie dem Schiffslager wieder zu. Der Schutzgott der Trojaner, Apollo, hatte bemerkt, wie sich Athene zu Diomedes gesellte. Dies verdroß ihn. Er machte sich ins Getümmel des Trojanischen Heeres und weckte den tapferen Freund des Resos, den Thrakia Hippochron, aus dem Schlafe. Als dieser die Stelle, wo die Rosse des Fürsten gestanden, leer und ermordete Männer am Boden zuckend fand, rief er laut wehklagend den Namen seines Freundes. Die Trojaner stürzten im Aufruhr heran und starrten vor Schrecken, als sie die entsetzliche Tat sahen. Unterdessen hatten die beiden Griechenhelden den Ort wieder erreicht, wo sie Dolan getötet hatten. Diomedes sprang vom Rosse, schwang sich aber wieder hinauf, nachdem er die Rüstung den Händen des Freundes überreicht. Odysseus bestieg das andere Tier, und bald waren sie mit den rasch dahinfliegenden Pferden bei den Schiffen angekommen. Nestor hörte zuerst das Stampfen der Hufe und machte die Fürsten der Griechen aufmerksam. Aber ehe er sich recht besinnen konnte, ob er geirrt oder wirkliches vernommen, waren die Helden mit den Rossen da, schwangen sich vom Pferde, reichten den Freunden die Hände ringsumher zum Gruße und erzählten unter dem Jubel des Heeres den glücklichen Erfolg ihres Unternehmens. Dann trieb Odysseus die Rosse durch den Graben, und die anderen Archiver folgten ihm jauchzend zur Lagerhütte des Theodiden. Dort wurden die Pferde zu den anderen Rossen des Hürsten an die mit Weizen wohlgefüllte Krippe gebunden. Die blutige Rüstung Dolans aber legte Odysseus hinten mit dem Schiffe nieder, bis sie bei einem Dankfest Athenis prangen könnte. Nun schwülten sich beide Helden mit der Meerflut Schweiß und Blut von den Gliedern, setzten sich zum warmen Bad in Wannen, salbten sich mit Öl und genossen das Frühmal bei vollem Kruge. Und Pallas Athene ward mit dem Trankopfer nicht vergessen. EA Productions Kruge. 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 Kruge.